Tja, da kriegen wir einen akrobatischen Tanz auf Inlineskates geliefert. Und bei solchen Sachen denke ich immer, die sind doch hundertprozentig eingekauft aus anderen Supertalent-Sendungen. Weil, muss man ja wissen, Supertalent läuft auf der ganzen Welt. Das heißt meistens irgendwie was mit Got Talent und das gibt es anscheinend auch in der Slowakei. Ich google immer gerne danach und versuche dann zu finden, ob die schon mal woanders aufgetreten sind. Hab in der Richtung aber leider nichts gefunden, außer halt die Facebook-Seite der beiden Inlineskater, die eigentlich Eiskunstläufer sind. Und lustigerweise haben sie selbst auf der Facebook-Seite Video hochgeladen oder verlinkt oder wie das auch immer heißt, wo man sie sieht in Slowakei oder so Got Talent, also konnte man jetzt nicht genau sehen, stand auch nicht richtig da. Also sie waren schon in so einer anderen Got Talent Sendung und da weiß man hundertprozentig, dass die Produzenten von, ja, das Supertalent sich natürlich die anderen Sendungen reinziehen und gucken, ha, was gibt es da Interessantes, Schönes, was ist schon mal wo aufgetreten, die engagieren wir doch einfach für unsere Sendung. Und das ist einfach so eine Verarsche am Publikum. Ich meine, das ist ja kein Zufall, dass die jetzt da schon mal aufgetreten sind. Und ja, also das zeigt ja zum einen, dass man sozusagen nicht genug verwertbares, freiwilliges Material bekommt und deswegen hier Profis engagieren muss, ist ja auch schon mehrfach rausgekommen, dass hier Profis bezahlt wurden. Ich glaube, in jeder Staffel oder beziehungsweise jedes Mal, einmal im Jahr, regt sich einer der Artisten irgendwie darüber auf, über das Supertalent beziehungsweise gibt halt Preis, dass er dafür bezahlt wurde. Und die zwei wurden hier hundertprozentig bezahlt. Ich meine, RTL tut ja hier das Supertalent immer hinstellen als so eine Talentsuche, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist einfach sozusagen so eine Art Kuriositäten-Zirkus im Fernsehen mit Profis. Und dass diese Profis halt engagiert und bezahlt werden und ausgesucht werden vorab, das sollte man hier halt, ja, kommunizieren und klar sagen, naja, Zuschauer, das ist keine Talentsuche, sondern wir zeigen euch einfach nur Kuriositäten. Aber dadurch, dass man das eben hier immer so hinstellt, als handelt es sich hier wirklich sozusagen um eine Talentsuche, also schon allein durch dieses Buzzern und so weiter mit Weiterkommen, wer denn so toll ist und so. Es ist so eine Verarsche am Zuschauer und auch eine Verarsche an den Leuten, die hier als freiwillige Talente mitmachen und glauben, es ist eine Talentsuche, finde ich einfach nur erbärmlich.